Komm mit mir. Lass uns Deutsch üben. ABC Deutschland Wann schließt das Geschäft? Wonach suchst du? Haben sie Sonderangebote? Kann man diese Sachen umtauschen? Unterwäsche ist vom Umtausch ausgeschlossen. Wie lange hat dieses Gerät Garantie? Wo kann ich das kaputte Gerät reklamieren? Kann ich Ihnen helfen? Welche Größe tragen Sie? Das blaue Kleid passt dir wie angegossen. Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Wollen wir shoppen gehen? Wo kann man hier preiswert einkaufen? Was können Sie mir empfehlen? Haben Sie diese Jacke eine Nummer kleiner? Wo kann ich sie anprobieren? Wo ist die Kasse? Kann ich mit Karte bezahlen? Da drüben ist die Umkleidekabine. Geben Sie Ihre PIN ein. Wie viel kostet diese Hose? Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ja, bitte. Ich suche eine Hose in einer modernen Farbe. Welche Größe haben Sie? 38. Hier ist eine gelbe Hose. Und hier habe ich noch eine grüne. Oh ja, die sehen gut aus. Wo kann ich sie anprobieren? Da drüben ist die Umkleidekabine. Vielen Dank. Ich würde gern einen Ausflug mit einem Schiff machen. Wofür interessieren Sie sich? Was kann man Interessantes machen? Kann man hier irgendwo einen Stadtführer kaufen? Bitte seien Sie alle 16 Uhr und 30 Minuten am Treffpunkt. Die Abfahrt ist um 15 Uhr und 15 Minuten. Welche Sehenswürdigkeiten sind sehenswert? Das Museum hat außer montags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Wann geht die Bustour los? Wir würden gern einen Stadtführer buchen. Es findet zweimal pro Tag eine Stadtführung statt. Schauen Sie bitte nach links. Welches Restaurant können Sie empfehlen? Wo ist der Treffpunkt? Wir treffen uns am Eingang des Museums. Für Rentner und Kinder gibt es Ermäßigung. Für eine Gruppe ab 10 Personen bezahlen Sie 35 Euro. Die Stadtführung dauert zweieinhalb Stunden. Was können wir heute mit unseren Gästen machen? Wie wäre es mit einer Wanderung durch den Wald? Ach nee. Du weißt doch, dass Monika nicht gern lange läuft. Dann würde ich eine schöne Tour mit dem Bus oder dem Schiff unternehmen. Das ist eine super Idee. Eine Tour mit dem Schiff ist wirklich etwas. Besonderes. Und nachmittags wäre eine Stadtbesichtigung schön. Oh ja, das machen wir. Guten Tag. Ich bin drei Tage in Leipzig. Was empfehlen Sie mir, um die Stadt kennenzulernen? Wofür interessieren Sie sich denn? Für Geschichte und Kunst. Da haben Sie viele Möglichkeiten. Hier ist ein Prospekt mit allen historischen Museen. Vielen Dank. Könnte man noch etwas Besonderes unternehmen? Wie wäre es mit einer Fahrt in einer Gondel auf dem Fluss? Diese Kneipe ist jetzt total angesagt. Kennst du eine coole Disco? Lass uns auf einen Drink in diese Bar gehen. Wie siehst du denn aus? Hast du einen Kater? In dieser Gaststätte schmeckt das Essen sehr gut. Ich würde am Freitag gern ins Theater gehen. Kannst du an der Vorkasse Karten für das Konzert besorgen? In diesem Restaurant gibt es eine Kleiderordnung. Kann man hier tanzen? In diesem Club wird super Musik gespielt. In diese Diskothek werden nur Erwachsene eingelassen. Komm, wir bestellen uns ein Taxi, denn wir sind schon ein bisschen betrunken. Schenken Sie sich etwas zum Geburtstag? Wann beginnt der Gottesdienst am Heiligabend? Geht ihr zu Ostern in die Kirche? Wir fahren über Ostern immer weg. Was ist ihr zu Weihnachten, eine Gans oder eine Ente? Bei uns wird es dieses Jahr keinen Weihnachtsbraten geben. Verzeihung Ja, bitte. Da kommt kein Geld. Ist der Geldautomat kaputt? Das ist kein Geldautomat. Das ist ein Fahrkartenautomat. Das ist kein Geldautomat? Nein. Der Geldautomat ist dort. Oh, danke. Maler, guten Tag. Guten Tag, Herr Maler. Hier ist Mohn. Ja, Herr Mohn. Wo sind Sie denn? Ich warte, ich warte. Sind Sie In Frankfurt? Ja, aber Wie bitte? Herr Mohn, sind das Krankenwagen? Nein, das sind keine Krankenwagen. Das sind Polizeiottos. Wie bitte? Polizeiottos Hier ist ein Unfall. Ja, Herr Mohn, wann kommen Sie denn? Ich warte. Ich komme. Mama, das ist nicht mein Auto. Das ist das Auto von Uwe. Ach ja. Das ist sein Auto. Vanessa, dein Auto ist leider kaputt. Oh. Aber hier ist dein Ball. Mama, wo ist mein Ball? Dein Ball ist da. Hier, Uwe. Guten Tag. Ihre Fahrkarten, bitte. Oh, nein. Wo sind denn meine Fahrkarten? Moment, bitte. Kein Problem. Ich warte. Wo sind Sie denn? Wo sind Sie denn? Ah, da. Da sind Sie. Bitte. Danke. Danke. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Frage heißt wie immer, wie heißt das Musikstück und wer ist? Der Komponist? Aber jetzt erst mal die Musik. Hören Sie gut zu. Ja, hallo. Guten Tag. Wie ist Ihr Name bitte? Ich heiße Roswitha Bayer, ich bin verheiratet und ich bin Hausfrau. Haben Sie Kinder? Ja, zwei. Sie sind vier und sechs Jahre alt. Und wo wohnen Sie? In Bremen. Gut, dann viel Glück. Also, wie heißt der Komponist? Mozart. Ach, tut mir leid, Frau Bayer, das ist leider falsch. Schade. Schade. Ja, wirklich schade. Also dann auf Wiederhören, Frau Bayer. Guten Tag. Wie heißen Sie, bitte? Geisler, Rudolf Geisler. Heute ist mein Geburtstag. Da habe ich. Bestimmt Glück. Herzlichen Glückwunsch. Wie alt sind Sie denn, Herr Geisler? Ich bin 43. Sei Teil dieses Teams. Abonniert meinen Kanal und lass dein Like da.